Ölst du noch oder wachst du schon? Heute schauen wir mal rein in das Thema Ketten wachsen, meine Starterfahrungen, die ich jetzt machen werde damit und für wen ich Ketten wachsen sehe und für wen ein bisschen weniger, das gucken wir uns in der aktuellen Folge heute mal gemeinsam an. Let's go up ins Video. Hallo, grüßt euch zu diesem neuen Video hier auf meinem Channel Cool, dass ihr da seid. Heute gehen wir mal rein ins Thema Ketten wachsen, aber in die Startfolge dieser ganzen Säge hier auf dem Kanal, weil die, die mich auf dem Kanal schon länger verfolgen, wissen, ich mache so Themen immer recht langfristig und nicht nur als ein so ein Thema, weil es einfach gerade irgendwie ansteht, sondern weil ich einfach da auch Bock drauf habe auf eine längere Erfahrungsreise. Genauso auch hier das Thema Ketten wachsen. Wird ja gerade in der Bike-Welt irgendwie von jedem gesagt, ja, das ist eine coole Geschichte und das macht einfach auch Sinn. Werden wir schauen in den nächsten Tagen, Monaten, wie da ein bisschen meine Reise ein ganz klein bisschen verläuft oder wenn es auch ein bisschen weniger Sinn macht, wollen wir nämlich auch ganz klar mal sehen, wo die Reise dahin gehen wird. Für mich war auch wichtig, das Thema Ketten wachsen war für mich bis vor vielleicht vier, sechs Wochen so ein Thema, wo ich dachte, muss ich das wirklich machen und wo gerade da irgendwie für mich versöhne ich die Reise hin. Von euch waren die Kommentare relativ groß und der Wunsch danach, dass ich das Ketten wachsen angehe, auch sehr groß und deswegen dachte ich, okay, ich brauche einmal Wissen, Know-how in dem Bereich und einfach auch gewisses Material, um euch damit reinzunehmen. Auf Suche nach einem Partner habe ich mir dann einen Felix gefunden von Optimize. Ein super cooler Typ, muss man einfach sagen. Macht einen mega coolen Job. Sehr authentisch, habe ein Telefonat mit ihm führen dürfen über fast zwei Stunden vor einer Woche, wo er mir das Thema Ketten wachsen deutlich erklärt hat und genau mir gesagt hat, was dann wie, wann und wo im Ketten wachsen zu beachten ist und für wen das Ketten wachsen auch vielleicht nichts ist und für wen es wirklich mega cool ist. War ein super Telefonat, da kann man relativ viel für euch schon mit rausnehmen und daraus werdet ihr auch in den nächsten Tagen und Wochen relativ viel noch an Know-how mitnehmen können. Die Produkte, die ich jetzt hier bekommen habe, unten in der Beschreibung, könnt ihr auschecken wie üblich, noch ein Abo da lassen, ein Like da lassen, dann verpasst ihr auch keine weiteren spannenden Folgen, die noch dazu in den nächsten Tagen rauskommen werden. Also, mehr und Material da und das Know-how haben wir jetzt auch ein bisschen höher geschraubt, als es noch vor drei Wochen bei mir war. Thema Ketten wachsen ist für mich auch eine Lösung, die ich gesamt machen möchte, nämlich Thema heiß wachsen. Es macht für mich jetzt irgendwie keins, dass ich irgendwie ein Flüssigwachs mir kaufe, auf eine Kette drauf träufle und sage, ja gut, das war's dann. Ne, Ketten wachsen ist für mich deutlich mehr und da möchte ich auch in dieses Heißwachs-Business ganz einfach einsteigen und auch euch da ein bisschen mit reinnehmen, was einfach dann Sinn macht und rund funktioniert. Ich bekam jetzt hier vom Felix eine kleine Start-Kit-Lieferung geschickt, einmal mit einer Kette und vor allem diese Kette ist eine Zwölffach-Kette, klar für meine Antriebe von SREM, aber die ist vor allem vorgewachst. Das macht irgendwie Sinn. Wenn ihr euch nämlich eine Kette jetzt wachsen wollt, müsst ihr sie quasi entfetten, weil die kommen ja aus der Fabrik alle vorgefettet. Das heißt, ihr müsst einen Bremsenreiniger nehmen, ein Verdünnungsmittel, was auch immer und ein Klassiker im Marmeladenglas, das Fett einfach erstmal rauszubekommen. Ist auch für die Umwelt nicht wirklich cool, wenn jeder Einzelversicht zu Hause privat macht und zum Zweiten ist einfach der Aufwand, muss ich sagen, nicht gerade gering und dann überlege ich mir halt, muss ich mir das antun, wenn es fertige Ketten gibt. Die Kette liegt aktuell so irgendwie bei 50, 60 Euro, habe ich irgendwas gesehen. Damit kann man dann schon mal sagen, ich habe eine Kette, die einmal vorgewachst ist, die komplett entfettet ist und für mein Wachs-Game dementsprechend cool vorbereitet ist. Für mich eine coole Geschichte, um einfach zu sagen, schon mal, die erste Hürde ist genommen. Würde ich euch auch empfehlen, wenn ihr in das Thema einsteigen wollt. Klar, ihr könnt Ultraschallreiniger nehmen, ihr könnt das Marmeladenglas nehmen, was man alles tun muss, um eine Kette zu entfetten. Für mich einfach eine coole, entspannte Lösung. Dann habe ich schon mal da und es funktioniert auch schon vorgefettet. Dabei ist dann auch noch einmal das Heißwachs, was man quasi in den Kochtopf schmeißen müssen und dann die Kette immer wieder mal drin baden müssen. Immer wieder mal drin baden ist ein Fakt vom Kettenwachsen. Das ist einfach so. Deswegen werdet beim Kettenwachsen zwei Sachen eure Freunde werden. Thema eine Kettennitzange oder eine Kettenöffnungszange, so rum eher. Und noch ein Kettenschloss, was auch mehrere Öffnungszyklen einfach mitmacht. Beim Ölen ist es ja relativ einfach. Kette einmal drauf, Schloss zu und Ölen am Fahrrad. Beim Kettenheißwachsen müsst ihr ja ab und zu auch mal heiß nachwachsen. Das heißt, eure Kette muss immer wieder gelegentlich mal in Heißwachsbad wieder rein. Wie oft? Das wird meine Erfahrung einfach dann zeigen. Die Zahlen, die ich hörte, waren irgendwas zwischen 300 bis 1000 Kilometer. Ja gut, das wissen wir halt auch. Hängt ab von vielen Faktoren. Welches Fahrrad, was für ein Körpergewicht, wie trete ich rein, wie Verschleißgrenzen sind. Alles völlig logisch. Deswegen einfach diese Zahl möchte ich für euch ein bisschen rauskriegen und mit euch rauskriegen an meinen Rädern uns einfach mal hardcore erfahren. Dann kamen auch noch mit die zwei Nachwachslösungen für den Alltag, um einfach auch mal die Kette kurzfristig nochmal aufstand zu bringen und nachzuwachsen. Wie auch das Kettenschloss hier, wo man auch öfters öffnen kann als zweimal. Dafür soll es einfach da sein, dass man die Kette einfach runter machen kann. Ganz ehrlich, ihr braucht dann auch, wenn ihr Ketten wachsen wollt, mindestens zwei Ketten, weil ihr müsstet ab und zu Ketten dann runter machen, nachwachsen, drauf machen, dass ihr immer wieder eine Kette auch vernünftig am Start habt. Wo kam das Thema Ketten wachsen eigentlich ein bisschen her? Naja, eigentlich ein bisschen aus dem Bereich vom Rennradsport. Ja, da war das richtig cool. Es waren halt saubere Ketten, die verschmutzen nicht mehr. Das ist ein riesen Vorteil vom Kettenwachsen, weil Öl einfach Dreck bindet. Das Wachs ist ein, dann nennen wir es einfach mal, doch eher fester Werkstoff. Und die Dreckbindung ist eine ganz, ganz andere. Deswegen sollen die Ketten auch öfter länger halten, weil der Dreck kommt einfach in diese Röllchen, wo ja diese Längung stattfindet, also der Schmirgelpapiereffekt, einfach nicht wirklich hinterdreckt. Deswegen ist die Kette, wenn sie gewachsen ist, einfach länger haltbar. Natürlich müsst ihr sie halt aber auch ein bisschen pflegen und lieb haben. Das ist ganz, ganz klar. Ein Vergleich ist immer dann dahin, das Thema Tubeless. Mittlerweile fahren, ich finde Tubeless mega cool. Ich muss aber Tubeless pflegen. Das heißt, für denjenigen, der sein Fahrrad, wie gesagt, ein Vierteljahr in den Keller stellt, für den sehe ich Tubeless nicht so wirklich, weil halt der Wartungsaufwand recht groß wird. Im Ketten wachsen so ähnlich. Also, dass er aus einem Rennradsport kommt und wirklich als Sportgerät das Fahrrad dasteht, da kommt es her. Der Mountainbike-Sportbegeisterte, der wirklich ein reinrassiges Sportgerät fährt, finde ich auch mal eine coole Lösung, die Sinn macht. Da kürzt auch irgendwie, wenn man das ganze Thema sich anschaut, ein ganz klein bisschen hin. Ja, ich werde es anders machen. Eigentlich, wie man es nicht tun sollte. Nach dem Telefonat mit dem Felix von Optimize bekam ich schon einige Gedanken mir gesagt, wie ich am besten das Thema rangehen möchte. Ich mache für euch da ein bisschen Hardcore-Touch. Ich werde mal ein SUV-Bike nehmen, mit dem ich jeden Tag fahre, mein Alltagsverkehrsmittel. Da mal drauf machen, da mal checken, wie lange sie durchhält und wie sie vor allem durchhält. So wird es bei mir dementsprechend dann der Säge weitergehen. Deswegen schon mal in den nächsten Folgen darauf gespannt sein, auf das Draufmachen aufs Fahrrad mit der Kette. Dann mal gucken, was man sauber machen muss. Ich muss ja auch sowohl Schaltwerk entfetten. Sowohl aber auch Kassette muss ich komplett fettfrei bekommen, was mit Sicherheit auch ein bisschen Aufwand darstellt. Das machen wir in der nächsten Folge. Dann erlebe ich mal im Hardcore-Test, wie das Thema gewachste Ketten auf einem SUV-Bike, was ich jeden Tag fahre, was auch im Schlamm fährt und Co. dementsprechend bei mir durchhält, um einfach mal die Erfahrung zu sammeln. Mir wurde ganz klar gesagt vom Felix, naja, für ein Alltags-SUV-Bike wäre ich dann ein klein bisschen vorsichtig. Für mich einfach nur der Hardcore-Test, wo die Reise damit für uns alle hingehen wird. Deswegen hart unten in die Kommentare schon mal rein. Habt ihr mit Ketten wachsenden Erfahrung? Habt ihr schon mal das Thema für euch im Hinterkopf gehabt? Oder sagt ihr, naja gut, eher nicht so meins aktuell? Ich freue mich da mega drauf, ein bisschen mit dem Thema warm zu werden und zu sagen, probieren wir es doch einfach mal aus. Bei Tubeless waren wir auch anfangs alle kritisch und sagten, nö, ist nicht so wirklich cool. Und wenn die Ketten einfach doppelt so lang halten sollen, wie es versprochen wird uns, dann haben wir auch den Mehraufwand von diesem Kettenwachsen doch deutlich finanziell wieder drinnen. Und wir können Antriebskomponenten doch deutlich länger fahren. Nämlich auch Kassetten, die weniger verschleißen, weil sie weniger ausreiben. Also das Thema begeistert mich schon mittlerweile ein bisschen mehr, wo ich jetzt auch deutlich mehr Hintergrundwissen zum Thema habe. Und dann warten wir auch mal nach den ersten 300, 500 Kilometer, wie auch immer, die Kette nachwachsen im Heißwachsbad. Und deswegen die ganze Reise, die auf dem Kanal stattfindet, komplett von heute, ich probiere es aus, über die komplett nächsten Folgen, Monate, Tagen, Wochen, wie auch immer, bis wir einfach mal alle Stufen des Kettenwachsens durch haben. Und da können wir zusammen erleben, ob das geht, wie es geht und was dabei rauskommt. Ich bin da einfach nur Realist, einfach Bock drauf, als Spielkind mit euch das einfach zusammen zu erleben. Deswegen schon mal Abo da lassen, Like da lassen. Und dann schauen wir rein in die ganze spannende Folge, was da alles uns überraschen wird. Oder einfach nur sagt, mega cool, habe ich super, super gerne gemacht. Soweit, bis zum nächsten Video. Macht's gut und bis dann. Ciao.